Inklusion, das Wort heißt ja Zugehörigkeit, dass keiner mit seinem Handicap, jeder hat ja sein Handicap, dass wir miteinander unseren Alltag so schön wie möglich gestalten können und wie ein guter Friseurbetrieb einfach, wir unterhalten uns über den Alltag, das Wetter, Sport, Fußball oder das Weitere und fahren von A nach B. Und der Rolli soll kein Hindernis sein? Absolut gar kein Hindernis. So Michael, du machst jetzt mal den Praxistest, ja? Genau, ich will jetzt testen, wie das Ganze wirklich funktioniert, ganz, ganz spannend.